Hey Leute, dann werden wir auch wieder zurück bei Halo Reach. Dann schmeißen wir uns gleich mal wieder rein ins Getümmel. Jetzt geht er hier zu wie der Normandie. Ich bin ja schon dabei, Bro. Ja, wenn die Kollegen mal mitmachen, dann ist das hier eine einfache Sache. Das fette Raumschiff. Wäre ganz cool, wenn ihr wieder mitkommen würdet. Auf geht's, Männer. Für Ruhm und Ehre. Oh, hier geht's ja zu, Alter. Der üble Nummer hier. Aha, außenrum geschlichen. Oh, weiss. Ach so, äh. Machen wir so. Perfekt. Okay, ich bin hier. Da kommt Spartans, Alter, Vorsicht. Nee, ich habe die Muni mitnehmen. Nein, kann ich natürlich wieder nicht. Äh, mein Schutzschild ist, glaube ich, nicht verkehrt. So, jetzt geht's vermutlich gleich wieder. Richtig ab. Okay, dahinter geht's wohl nicht. Nee. Hätte mich nur interessiert. So, das Schutzschild haben wir am Start. Okay, hier. Eine Schrotplinte. Ach, die kriegen wir jetzt wahrscheinlich mehr hier in dem engen Gebäude. Okay, ich befürchte jetzt, dass das gleich in die Hose gehen wird. George, 6, zum Saber, bevor die Allianz ihn zerstört. Was ist mit Ihnen und Kat? June kommt mit einem Falken. Wir verschwinden auf eurem Start. Hast du gehört, 6? Los! Jo, George. Ja, hau mal rein, Junge. Schöne, schöner Leberhaken. Der Saber ist bereit zum Start. Lass mich mal ran hier. Max. Ich muss noch mal rein. Stützen entlang. Start beginnt in T-minus 5, 4, 3, 2, 1. Ich muss jetzt gar nicht fliegen und ballern. Zwei, eins. Nächste Stufe. Zündung Stufe zwei bestätigt. Wo sind jetzt die Aliens? Ich will rasieren. Ich kann tatsächlich fliegen. Ich höre, Colonel Holland. Willkommen zur Operation Kinhaar, Noble 5 und 6. Sie wollen jetzt meinen Schummel? Verstanden, Colonel. Noble 6, die Sabers wurden für die orbitale Verteidigung angepasst. Machen Sie sich erstmal damit vertraut. Treffen Sie dann die anderen Sabers und die Savannah auf Anchor 9. Holland aus. Ja, bewege ich mich hoch runter. Okay, hier bin ich schneller. Hier kann ich ein bisschen ballern. Ah. Neuisch. Okay. Aufgewärmt 6. Wir sollten langsam zur Savannah. Jo, bin startklar. Wo geht's lang, Junge? Mehrere unbekannte Kontakte. Savannah Saber Team. Aufpassen. Bildschieß im Anflug. Woin. Anka 9 an alle UNSC Flieger. Stationsabwehr ist ausgefallen. Brauchen vorübergehende Kampfunterstützung. Los geht's. Zeig ihnen, was du drauf hast. Jo, mach ich. Ich will einfach schon losballern. Okay. Abwehrladung bei 56%. Durchhalten Saberteams. Nice. Wie ballert der hin? Ach. Das Land ist schon ein. Nein. Er hat nicht mehr. Der ballert auch noch in der Gegend rum. Das ist aber auch hier echt witzig. Anka 9 an UNSC Flieger. Impulsantriebe entdeckt. Jagdflugzeuge. Achtung Sabers. Die fangen hier schon mehr aus. Gut. Wird gemacht. Abwehrladung bei 79%. Verbrauch noch eine Minute. Was ist das hier? Die haben wir auch. Nein. Bitte. Aua. Junge. Das geht auf den Sack, Alter. Wie komm mal wieder. Anka 9 an alle Flieger in der Nähe, empfangen eine große Angriffsflotte. Luftstoß-Trupp und Saberteams werden zum Angriff und zur Verteidigung der Station angewiesen. Ist die Allian수 belief Absolutely überall. Anka 9 an alle UNSC Flieger. Stationsabwehr wieder eingeschaltet. Warnfrei. Wir heizen ihn ein. Stationsabwehr. Ich hab' geballert. Wo sind sie? Da muss noch einer. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Na ja, kommsch mir nicht. Ich auch nicht. Wenn wir hier alles mit der Maus steuern, da wird man teilweise echt blöd. Vom Glück bin ich schwindelfrei. Äh, vom Glück bin ich schwindelfrei. Das wäre so ein Sch... Als ob das wäre als Pilot in echt schon übel, wenn hier so ein Raumschiff fliegen würde. Das wäre so ein Schiff. Phantoms? Was? Wieder wieder... Ooooooh. Anker 9 an alle UNSC-Jäger. Mehrere Phantoms mit direktem Kurs auf unsere Stromversorgung. Saberteams markieren wichtige Kanonenbootziele. Jetzt! Oh! Trottl. Alter, was war'n das für'ne Flugrolle? Jetzt aber bitte nicht noch mal von vorne, oder? Ja, komm, morgen, alter. Das muss ich den Spaß hier noch mal machen. Ich meine immer auf der Leertraste, äh, kann man hier schneller fliegen. Dabei macht man hier immer die tödliche Rolle. Wenn man die dann natürlich genau so macht. Dass man dem Typ unten reinfliegt. Alter, geh doch kaputt, Junge. Kannst du jetzt mal mein Schild wieder aufladen? Ob ich denn eigentlich so viel Schaden jetzt herbekommen? Vor allem gefühlt sind mir meine Kollegen aber auch keine Hilfe. Okay. Der reißt da immer ein. Ah, du da hinten. Ich war vorhin schon auf den Sack. Jetzt müssen wir es irgendwie überleben. Anker 9 an alle UNSC-Jäger. Mehrere Phantoms mit direktem Kurs auf unsere Stromversorgung. Saber-Teams markieren wichtige Kanonenbootziele. Jetzt! Jetzt muss ich ja schon mal ein bisschen weg. Kanonenboote in Position. Schadensbekämpfung bereit. Torpedo-Abschuss registriert. So, den einen hätten wir. Nächsten hätten wir. Schnell weg hier. So, jetzt langsam umdrehen. Und reinrotzen. So, da drücken wir es noch eine. Irgendwann schenkt mir ja schon wieder ordentlich ein. So, machen wir eine Rolle rüber. Und nochmal eine Rolle rüber. das ist der letzte wir haben wieder einen kleinen ausflug hier fliegen und umdrehen und reinrotzen damals letztendlich da fliegt noch was rum wie mache ich das jetzt ganz vorsichtig ich brauche deinen eingriff der druck ablass abgeschlossen aktiviert der druck ablassungsgeräusche wiederholen oberflächen raster 19 mal 22 Gerne. MNG-Schwertbasis. Sektor 18G. Wärmedesign. Nobel 5. Ihr Puls ist erhöht. Sie können für Dr. Hersey und die anderen in der Schwertbasis nichts tun. Die Berechnungen stehen fest. Nobel 5. Ich weiß. Bravo 029. Sie dürfen die Schubdüsen wieder andern. Nobel 6. Hier spricht Holland. Ich höre keiner. Wir haben ein Schiff der Corvette-Klasse markiert, das Kurs auf unser Ziel hält. Mit unserer provisorischen Bombe an Bord wird die Corvette zum Lieferanten. Nobel 5. Eskortiert die Bombe. Ihr Sabre-Team macht uns Platz zum Beladen. Verstanden, Colonel. Da sie schon ihren Überraumantrieb gegeben hat, wird die Savannah Ihnen mit lokaler Feuerunterstützung zur Seite stehen. UNSC Savannah. Wir stehen hinter Ihnen, wenn auch am Boden. Ich riskiere hier meinen Kopf für das Noble-Team, Lieutenant. Wir erledigen das, Colonel. Sechs aus. Zielkorvette in Reichweite von Navigationsstation RA-15 gesichtet. Haben Sichtkontakt. Ziele bestätigt. Vertrauen. Wir regeln das schon. Aber ich denke, das sehen wir in der nächsten Folge, Freunde. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, Freunde. Wenn euch die Folge gefallen hat, möchte, natürlich, lasst mir gerne Bewertungen da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, Freunde. Euer Steve B. Ciao. Bis dahin, macht's gut, Freunde. 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 Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut.